Der Meister aus Dortmund in Gelb ohne Torjäger Riedle, dafür wieder mit Libero Sammer, ging bereits nach acht Minuten überraschend in Führung. Die Abwehr des VfB Stuttgart, bei dieser Kopfballstaffette nicht im Bilde, Torschütze Stefan Reuter, das 0 zu 1. Nach dieser ungestümten Attacke von Kohler gegen Elber, entschied der gute Schiedsrichter Heinemann auf Strafstoß für Stuttgart. Ballerkopf verwandelt zum 1 zu 1 Ausgleich, zwei Minuten vor der Pause. Und noch in derselben Minute die Führung für die Stuttgarter. Der überragende Frank Verlath mit diesem herrlichen Treffer zum 2 zu 1 Halbzeitstand vor 53.000 Zuschauern im ausverkauften Daimler-Stadion. Die Entscheidung zugunsten der Schwaben fiel acht Minuten vor dem Ende. Ein klassischer Konter über Giovane Elber, das 3 zu 1, der 14. Treffer des Brasilianers in dieser Saison. Und nur zwei Minuten später, Zornemir Soldo zum hochverdienten 4 zu 1 Endstand für den VfB Stuttgart. Zornemir Soldo zum 1.